Happy New Year! Spaß beiseite, wir hoffen, du bist gut reingestartet und heute haben wir für alle etwas, die mehr wollen als eine zentrale Exchange. Vielleicht hast du ja noch gar kein Metamask, an der Stelle bitte downloaden oder jetzt direkt abschalten. Für alle anderen haben wir heute etwas richtig Spannendes. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und falls du dich maximal schützen möchtest, wir haben für dich eine kostenfreie 8-Punkte-Checkliste ausgearbeitet. Wie du die findest, in der Description. Wir sprechen heute über das Projekt DeFiWay. DeFiWay ist eine eigene Non-Custodial-Wallet mit Swap-Funktion. Und hier gibt es noch eine weitere Funktion, die sehr spannend sein dürfte. Die eigene Cross-Chain-Bridge. Das Wort Cross-Chain bedeutet nichts anderes als netzwerkübergreifend. Also auf gut Deutsch, du kannst dir ein Token von der einen Blockchain auf die andere senden. Das ist jetzt je nach Blockchain nur leider relativ teuer und oftmals dauert es dann auch noch sehr lange. Jetzt kann man natürlich sagen, kann ich ja auch eine zentrale Börse nutzen. Stimmt, das bedeutet aber nichts anderes als, dass du sagst, Mensch, sende mir bitte USD-Tether von ERC auf BSC. Hat aber nichts mit einer Bridge zu tun. Und wenn du jetzt zudem auch noch dezentral arbeiten möchtest, dann ist das definitiv gar keine Alternative. Andernfalls können wir ja zum Beispiel auch mit Swiss Money arbeiten. Online-Banking in Kombination mit Krypto. Leute, wie krass ist das? Und das funktioniert auch schon. Das heißt, du kannst mit deinen Kryptos über ein IBAN-Konto bezahlen. Wenn dich das interessiert und wenn du dir auch noch einen 25 Dollar Anmeldebonus sichern möchtest, dann klick mal hier. Derzeit erscheinen immer mehr Bridges am Markt. Allerdings in der Regel sehr langsam. Und das Angebot an Chains ist auch noch sehr überschaubar. DeFiWay rühmt sich hier mit ganz anderen Werten und sagt, hey, wir haben ein Riesenangebot. Die schnellste Bridge, die es so derzeit gibt. Und die Fees sind auch noch am günstigsten. Okay, bei 0,1% Transaktionskosten gerechnet auf den zu bridgenden Betrag. Das ist schon mal ein Statement. Was jetzt die Geschwindigkeit betrifft, das können wir nur bedingt nachprüfen, weil wir jetzt nicht jede einzelne Chain austesten werden. DeFiWay bietet derzeit vier verschiedene Token im Bridging an. Bitcoin, Ethereum, USDT und USDC. Jeder, der jetzt aufschreit und sagt, das ist aber mager, der hat wohl keinen Überblick über die Funktionsweise von Bridges. Also bevor wir hier jetzt ein separates Video extra dafür aufnehmen, lasst dir einfach an der Stelle gesagt sein, so eine Bridge ist nicht einfach mal schnell gebaut. Da bedarf schon ein bisschen was. Und wir sind uns auch sicher, dass hier das Angebot noch erweitert werden wird. Beispiel New Eternal Live. Wir beobachten ja das Projekt schon länger. Da hat man ja auch gesehen, wie jetzt so die Entwicklung vorangeschritten ist und jetzt ja auch die Blockchain live gegangen ist. Aber allein die Kreditkarte, die verfügbar ist oder der No-Risk Trading Bot. Ja, das hört sich krass an. Wenn es dich interessiert, klick dich mal hier rein. Ein großer USP ist auch, dass sogar Token von Tron gebridged werden können. Das kann nahezu keine weitere Bridge. Ja, man möge jetzt argumentieren an der Stelle, es gibt ja fast keine Projekte, die zeitgleich auf Tron und auf einer anderen Chain laufen. Aber das lassen wir jetzt erstmal einfach außer Acht. Defiway hat übrigens auch noch eine mobile Anwendung für Android und Apple. Wer sich da schon mal tiefer mit beschäftigt hat, der dürfte wissen, wie schwer es ist, eine App überhaupt gelistet zu bekommen, weil Apple da sehr genau drauf schaut. Sogar eine Chrome Extension gibt es. Wenn du uns jetzt fragst, wir persönlich sind ein Fan von der App, aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Natürlich haben wir auch alle relevanten Links unten in die Description gepackt. An dieser Stelle wollen wir dir jetzt einfach mal zeigen, wie einfach das Bridging ist und wechseln gemeinsam zum Bildschirm. Wir wollen jetzt in unserem Beispiel USD Tether auf der BNB Chain ins Polygon-Netzwerk tauschen, eben wieder USDT. Wichtig, wenn du hier auf Maximal gehst, ich demonstriere das mal kurz, kannst du nichts tauschen, weil die Gebühren on top kommen. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel 9 Dollar tauschen möchten, dann ist das natürlich möglich, weil wir entsprechende Gebühren drauf haben. Dann gehen wir einfach mal auf Pay, bestätigen das Ganze wieder durch und warten in diesem Fall jetzt einfach mal ab, was passiert. Und dann siehst du hier jetzt der Prozess, der durchgeführt wird. Das heißt, der Wechsel von der BNB Chain zu Polygon. Und wie du hier siehst, es ist completed. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch einfach mal in Metamask an. Dann haben hier zum einen die Zahlungsbestätigung. Hier ist es raus. Und jetzt wechseln wir mal zu Polygon. Und 10, herzlichen Glückwunsch, die 9 Dollar sind da. Also hat alles funktioniert. Das war es auch schon kurz und knackig. Wir persönlich finden DeFiWay durchaus interessant, gerade für diejenigen, die viel im DeFi Space unterwegs sind und eine Alternative zu Metamask, Trust Wallet, Exodus und Co. suchen. Also ja, könnte eine Alternative sein. Aber wie immer da auch die Frage an dich. Schreib doch mal in die Kommentare, was denkst du drüber? Glaubst du, sowas kann sich durchsetzen? Hast du schon mal Bridges genutzt? Kennst du Alternativen dazu? Sind wir mal sehr gespannt. Sonst, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.